Ich habe mir immer ein neues Spiel zugelegt, was ich ganz interessant fand und ich dachte, das spielen wir jetzt mal zusammen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Mal gucken, was uns da erwarten wird. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. 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 Ah, krass. Der ist sogar leichter, darum bewegt sich der Baum nicht so. Cool. Final Cut to Toriii. Das ist ein schwerer Schritt, der gute. Das war's für heute. Das war's für heute. Eigentlich irgendwie voll die süße Geschichte. Der ist jetzt tot. Oh mein Gott, ne Spinne! Das war's für heute. Mein Gott, ist er jetzt wirklich tot? Krasser Scheiß. Doch keine süße Geschichte. Das war's für heute. Ich weiß auch nicht. Achso, ich verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß 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 nicht. Aber er ist noch schneller als vorher. Verstehe ich jetzt nicht, warum lebt der jetzt wieder? Oh, ach so. Aua. Ah, da sind diese grünen Knospen da und das ist mein Leben. Das ist wahrscheinlich auch böse her, so wie das aussieht. Ah, man kann Fähigkeitspunkte sammeln. Nice. Vielleicht werde ich da ja zum neuen schwänzigen Fuchs. Ey, das ist blau, das ist doch bestimmt gut. Böse und gut zugleich. Mist. Kann ich schwimmen? Nein, kann ich nicht. Ich seh doch aus wie ein Lebenssplitter. Ese Scheiß. Hat der B gedrückt. Jetzt ist es weg, oder was? Das kann man nur im... Ach so. Oh, was ist denn mit dem los? Ah ja. Wie gemein. Ich hab das gecheckt, aber nicht geschafft. Wat? Wie früh muss man denn da springen? Was haben wir noch? Das war gerade ein Riehorn bestimmt. Alles Riehorns. Das war gerade ein Riehorns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Ermöglich es dir, Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Das klingt doch schon mal gut. Ach, das ist also der Kampfbaum. Das ist so für den Charakter allgemein. Ist auch für den Charakter, naja, kann man so nicht sagen. Das ist Kampf, was ist das? Sammelobjekte. Sammelobjekte. Ach so, das ist allgemein für Objekte. Und das macht auch Objekte besser. Komisch. Naja, okay. Die B an, naja, ich weiß. Aber das geht auch nur, wenn ich da drin bin, ne? Ja. Was kann ich jetzt mit Flammen? Okay. Okay. Okay, no. Ah. Ah. Okay. Okay. Ha. Man kann es wieder benutzen. Cool. Scheiß. Cool. Machos. Bei euch. Ich hab. Macho. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Die Fuss nimmt dieser Gruschenbaum. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Nein, ich komm da nicht hoch, mies WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Cooler Scheiß Cool, cool, cool Cooler Scheiß 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 Ich habe doch einen Fähigkeitspunkt. Wie gebe ich den aus? Okay, wahrscheinlich für jedes Loch, ne? Also drei Stück. Warum ist der zweite? Ach ne, das hat damit gar nichts zu tun. Zwei haben gereicht. Was ist der Scheiß? Nein! Ah, wie geil ein Wegpunkt. Geisterhöhle. Hohlhaien. Ich muss nach Hohlhaien, ne? Egal, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt nicht mehr. Das sind schon alles bad motherfuckers, ey. Oh je. Och, nö, jetzt bin ich hier unten. Lol. Und schon habe ich kein Leben mehr. Und so schnell kann es gehen. Oh, verdammt. Da muss ich den anderen bestimmt auch wieder einsammeln. Öff. So ist es kaum noch ein Geek da. Das war's. 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 Das war's.